Hallo Freunde! Steht das Finale in der Ukraine bevor? Wird es in den nächsten Wochen jetzt final entschieden? Einige Zeichen sprechen dafür. Wir haben natürlich die Erfahrung, dass in vielen Bereichen jahrelang solche Kriege sich dahin gezogen haben und es gar keine Veränderung gab. Aber wie gesagt, in diesem Video sprechen wir darüber, was dafür spricht, dass es demnächst einen großen Wumms gibt und danach dieser Krieg eine entscheidende Wendung nimmt. Bevor wir dazu kommen, ein Hinweis. Dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, 5. Mai bis 7. Mai findet mein Workshop statt. Da geht es nicht um die Ukraine, sondern es geht um Dich. Es geht darum, sich von allen diesen Dingen zu befreien, sich auf ein neues Niveau zu begeben, wenn es ums Geldverdienen geht, wenn es darum geht, Dinge zu verstehen, Deine Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen, Dich vor der Inflation zu schützen und Dich möglichst unabhängig zu machen. Wenn Du Lust hast, unter dem Video findest Du einen Link vom 5. bis zum 7. Mai, 18 bis 20 Uhr, jeweils am Sonntag ein wenig länger, Workshop. Jetzt, was hat es mit dem Finale auf sich? Wir hören jeden Tag immer lauter von der Gegenoffensive der Ukraine. Wir sehen, dass die Ukraine auf die Nachschublinien der russischen Armee zielt. Wir freuen uns darauf, wenn wir den westlichen Medien Glauben schenken, dass jetzt das Ende nahe ist, weil jetzt wird die Ukraine die Russen endlich mal da angreifen, wo es den Russen wehtut, nämlich auf der Krim. Es geht darum, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet in den Grenzen von 1991 gerne wieder hätte. Heißt, sie möchten die Krim rückerobern. Das ist das, was die Russen ausgeschlossen haben. Sie werden mit allem, was sie haben, dieses für sie russische Staatsgebiet verteidigen. Das heißt, wenn du eins und eins zusammenzählst, Nuklearkrieg zwischen der NATO, denn die Ukraine hat ja keine Atomwaffen, und Russland. Gleichzeitig haben die Amerikaner sich hingestellt und haben vorsorglich, nur rein vorsorglich, die Ukraine überzogen mit Sensoren. Sensoren, die nukleare Strahlung feststellen können und, so hört man es, auch feststellen können, woher diese nukleare Strahlung kommt. Und ich meine damit nicht, dass sie sagen, hey Mann, da drüben ist ein Atompilz, da gibt es eine Bombe, dazu brauche ich keine Sensoren. Sondern angeblich können sie feststellen, woher diese Strahlung kommt, das heißt, ob es eine russische Waffe ist oder eine, wo auch immer, hergestellte Waffe. Normalerweise müsste es ja ganz einfach sein. Die einen haben keine Atomwaffen, die anderen wollen gar keine einsetzen. Warum also immer dieser Fokus darauf? Mir scheint es so zu sein, dass dieser Krieg beendet wird durch einen Unfall. Einen Unfall. Eine False Flag. Eine Ablenkung. Oh, da hat doch jemand eine nukleare Bombe gezündet. So eine taktische. Damit nicht alles gleich kaputt ist. Und jetzt, jetzt setzen wir dem ein Ende. Weil vermutlich werden die Rosen nicht in einen totalen Nuklearkrieg einsteigen wollen. Wenn die NATO sich also hinstellt und sagt, okay, jetzt wird zurückgeschossen, dann wird dieser Krieg relativ schnell beendet werden. Warum geht es eigentlich darum, wir haben uns ja über ein Jahr überhaupt nicht darum gekümmert, um das Beenden eines Krieges. Wie wir alle wissen, waren die Friedensverhandlungen ja schon sehr weit fortgeschritten. Warum also kommt irgendjemand auf die Idee, jetzt den Krieg beenden zu wollen? Wahrscheinlich ist es so einfach wie immer. Die NATO hat keine Waffen mehr. Keine Munition mehr, die sie der Ukraine zur Verfügung stellen können. Einer der führenden Generäle der polnischen Armee, die Polen sind ja die größten Freunde und Befürworter der Ukrainer. Der hat gesagt, wir haben einfach keine Munition mehr, die wir liefern können. Wir Polen haben alles gegeben, was wir geben konnten und wir können nicht mehr geben. Wir denken sowieso, dass vielleicht etwas anderes passiert. Vielleicht wird der Krieg ganz anders beendet, indem nämlich die Polen einen Staat gemeinsam mit der Ukraine vereinbaren. Auch hier sind Bestrebungen zu sehen. Wenn du ukrainischer Staatsbürger bist, kannst du heutzutage schon in Polen außer Wellen alles machen und hast dieselben Rechte wie ein polnischer Staatsbürger. Wie wir ja wissen, wurde Polen ja einmal verschoben, dadurch, dass Gebiete im östlichen Bereich Polens an Russland gingen, Schrägstrich Ukraine, und auf der westlichen Seite Deutschland Gebiete an Polen verlor. Das war damals von den Russen und den Deutschen, damals ja noch Freunde, total anders geplant. Aber nach dem Verlust des Zweiten Weltkrieges wurde einfach das Land Polen verschoben, weil ja in Deutschland es dann eben nicht mehr Deutschland war, sondern wir dann Gebiete an das heutige Polen verloren haben. Tja, es ist so, wie es ist. Die Polen würden gerne diese Gebiete wiederhaben. Ja, das ist normal und sehen ihre Chance. Sie sehen jetzt ihre Chance, dadurch auch die Ukraine in die EU zu holen und in die NATO zu holen. Herr Stoltenberg, der ja bis, ich glaube, September noch der Obereinpeitscher der NATO ist, der Herr Stoltenberg hat ja gesagt, dass die Ukraine demnächst in die NATO kommt. Da hat er sich einfach so hingestellt und hat es gesagt. Und wir alle haben gesagt, ja, natürlich, ist ja klar, das muss ja irgendwann passieren. Weil uns ja vollkommen egal ist, wie die Russen darüber denken und was haben die überhaupt zu sagen? Die machen wir kaputt. Es ist so, dass sich einmal im Monat in, ich glaube, es ist Rammstein auf dem Militärflughafen der Amerikaner, sich die, ich glaube, sie heißt Ukraine, Verteidigungskontaktgruppe trifft. Die besteht aus 40 Staaten, die koordinieren, wie die USA mithilfe ihrer Verbündeten den Ukrainern am besten hilft, die Russen zu vertreiben. Das ist das, was sie tun. Die legen fest, wer wie viel Waffen wann wohin liefert, damit alles im Fluss bleibt. Jetzt gibt es heute, am 1. Mai, einen Artikel in dem Magazin Politico, was darauf hinweist, dass es dort eventuell Schwierigkeiten geben könnte, wenn nicht langsam mal etwas passiert. Auch das weist auf ein mögliches Finale hin. Da steht nämlich drin, dass viele der Teilnehmer müde sind, immer wieder der Ukraine helfen zu müssen, ohne Erfolge zu sehen. Wir hören ja immer, wie nah die Ukraine nun am totalen Endsieg steht. Wir können es aber nicht wirklich sehen, weil irgendwie sprechen Dinge, die wir in Bachmut oder anderen Städten sehen können, nicht wirklich dafür, dass die Ukraine jetzt angefangen hat, auch auf russisches Gebiet zu schießen. Das ist ja ein weiterer Hinweis darauf, dass demnächst irgendwas passieren könnte, weil ich glaube nicht, dass die Russen das cool finden und werden deswegen massiv zurückschlagen. Was mich persönlich irritiert, ist, dass ich in den einen Medien lesen kann, in den westlichen Medien, dass zum Beispiel abgeschossene Drohnen, ich sage es mal einfach so, in meiner Sprache, vom Gepard-Panzer abprallen. Das deutsche Technologie-Rüstungsgut ist natürlich unüberwindbar. Ich allerdings in anderen Medien eben lesen kann, dass dieser Gepard das Zeitliche gesegnet hat und wir uns auf der anderen Seite auch darüber wundern müssen, dass plötzlich viele dieser S-300-Raketenabschussanlagen das Zeitliche segnen, weil irgendwie die Russen ihre Taktik ein bisschen geändert haben oder genauer zielen und treffen plötzlich. Es gibt auch immer wieder Überlegungen, woher die Russen, weil der Westen kann sich immer gar nicht erklären, wo die ganze Munition der Russen herkommt, wo jetzt neue Drohnen gefunden werden, neue Raketen, die eingesetzt werden. Und ich weiß, dass es auf beiden Seiten wahrscheinlich ein Großteil Propaganda ist, aber eine Seite muss ja viel mehr Blödsinn erzählen als die andere, weil beide gleichzeitig gewinnen, geht ja irgendwie nicht. Die Wahrheit ist, ich sehe keine positive Verschiebung Richtung Sieg der Ukraine. Ich sehe den Herrn Zelensky immer wieder, jeden Tag Druck machen, er braucht mehr, er braucht dieses, er braucht das, er braucht mehr Geld, er braucht mehr Unterstützung, er braucht mehr Raketen, längere Reichweite, Flugzeuge usw. Die Ukraine ist unterstützt worden mit so viel Geld, dass die Bundeswehr neidisch ist. Die Bundeswehr, die ihre Truppe gerne modernisieren will und Gas geben will, die ist ein bisschen neidisch über den Geldbetrag, den die Ukraine bisher bekommen hat, für Verteidigungs- und Rüstungsgüter. Aber gut, das ist meine Idee. Die andere Sache, die in den Medien auftaucht, ist, dass A. Zelensky wohl positiv einer chinesischen Mission gegenübersteht. Auch das spricht gegen das, dass sie am Gewinn sind. Und dass angeblich der Papst, das überrascht mich ein bisschen, die Kirche also, die katholische Kirche, soll in einer geheimen, jetzt ist es ja nicht mehr geheim, nachdem der Papst geredet hat, in einer geheimen Mission unterwegs sein, die friedensfördernd sein soll. Es gibt Leute, die sagen, naja, das ist eine ganz kleine Sache, da geht es nur um die Kinder, die aus der Ukraine entführt worden sind. Auch da gibt es natürlich vollkommen unterschiedliche Meinungen und Berichte darüber. Aber das sagen die einen, die anderen sagen, nein, das ist etwas weitreichenderes. Da geht es wirklich um den Frieden zwischen den einzelnen Parteien. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass es dazu kommen kann, weil es ja auch zwischen der Politik und der Kirche immer wieder Probleme gibt. Und gerade in der Ukraine, ja, die Kirche vollkommen unter Druck ist von der Politik. Und natürlich, die Kirche, die führend ist in der Ukraine und auch in Russland, ist nicht die katholische Kirche, sondern natürlich die orthodoxe Kirche. Und damit halte ich es für unwahrscheinlich, dass da gerade der Papst in irgendeiner Art und Weise weitreichende Dinge erreichen kann. Also Faktum ist, es sieht so aus, als würde jetzt die Entscheidung anstehen, weil wir eine Entscheidung brauchen. Die einen haben keine Lust mehr, der Ukraine zu helfen. Die anderen sehen, dass wir keine Waffen mehr haben, oder Munition besser, um der Ukraine zu helfen. Wir brauchen also jetzt eine Lösung. Die Lösung kann kommen entweder über einen Gewaltakt gegenüber Russland oder vielleicht einer Force Flag, weil es wird so schön vorbereitet mit den Sensoren, eines nuklearen Unfalls in der Ukraine. Ein bisschen wird das Land ja sowieso schon verseucht, weil die Engländer und die Amerikaner ja dort Uran angereicherte Munition verschießen. Das hat zumindest im Irak dazu geführt, dieses Verschießen der Munition, dass es dort sehr viele Missbildungen bei Kindern dann später gab, weil das Land auf Jahre, Jahrzehnte verseucht ist. Das also, wie gesagt, müssen wir beobachten. Für mich wäre die eleganteste Lösung natürlich der Plan der Polen, die Ukraine einfach so hereinzuholen. Intelligenterweise natürlich mit auf der einen Seite Wahrung des Gesichts, aber auf der anderen Seite dann auch der Möglichkeit, dass die anderen sich eben nicht vollkommen überrumpelt fühlen, damit die nicht dann durchdrehen. Nämlich die Russen. Bedeutet das in irgendeiner Art und Weise, dass die Krim eben zum Beispiel nicht zurückerobert wird, sondern es einfach mal als Fakt genommen wird, dass man die nicht zurückerobern kann. Und historisch gesehen wäre das auch vertretbar. Auch die Gebiete, die im Moment von Russland besetzt sind, die ja schon von Russland quasi annektiert worden sind, es wird sehr schwierig sein, die zurückzuerobern. Und die Wahrheit, die wirkliche, echte Wahrheit ist ja, dass die Ukraine zumindest mit den Menschen, die da wohnen, nicht viel anfangen kann. Sie versuchten sie ja seit mehr als zehn Jahren massiv zu vertreiben. Die haben die ja beschossen. Das war ja ein quasi Bürgerkrieg dort. Und wenn man sich anguckt, wie Wahlen da gelaufen sind, wir haben da nicht irgendwelche Mischbevölkerung in dem Sinne, dass wir da irgendwelche Wahlentscheidungen hatten, 55 zu 45 Prozent oder so ähnlich, sondern wir hatten quasi 90 zu 10 Entscheidungen, jeweils auf welcher Seite der Ukraine du geguckt hast. Die einen hatten eine überwältigende, pro-westliche Unterstützung und die anderen hatten eine pro-russische Unterstützung. Und vielleicht wäre es da mal intelligent von den Politikern, denn um dir geht es ja jetzt aufzuhören, das als Truppenübungsplatz zu missbrauchen und als Waffenausexperimentierfeld, sondern jetzt einfach mal sich hinzusetzen und mal unter vernünftigen Menschen zu überlegen, wie denn allen geholfen sein kann. Denn dort wird eine gesamte Generation ukrainischer Männer vernichtet. Ja, wie gesagt, wenn du diesem ganzen Unsinn, denn für mich ist diese ganze Kriegsführerei natürlich vollkommener Unsinn, ich will immer Frieden und ich kann jetzt nicht verstehen, dass es heutzutage überhaupt noch Kriege gibt, weil Kriege, wie wir ja sehen, sind nicht gewinnbar. Heutzutage ist es einfach unmöglich. Und warum kann sich der eine oder selbst die Sanktionen, das hat ja alles nicht geholfen, wir haben uns ja selbst nur ins Knie geschossen, warum nicht einfach mal sagen, okay, da ist ein Fehler gelaufen, wir hätten das vorher diplomatisch klären müssen und können. Und wir tun es einfach jetzt. Es ist von den handelnden Personen nicht zu erwarten, aber zu hoffen. Ich hoffe, dass sie irgendwann auf diesen Trichter kommen und hoffe, dass du trotzdem positiv in die Zukunft kommen kannst. Meine Idee für dich, um in die Zukunft positiv schauen zu können, wäre, du kommst auf meinen Workshop jetzt, Freitag, 5. Mai, Samstag, 6. Mai, Sonntag, 7. Mai, 18 bis 20 Uhr. Da sprechen wir darüber, wie du mehr Geld verdienen kannst, wie du dich vor der Inflation schützen kannst, wie du unabhängig davon werden kannst, von deinem Hamsterrad in Deutschland, wie du herauskommen kannst aus dieser Situation, wie du von diesen verrückten Menschen, Baerbock, Habeck und Konsorten, ich habe schon vergessen, wie der Gesundheitsminister heißt, Gott sei Dank, wie du von diesen witzigen Menschen wegkommen kannst und dein Leben auf eine bessere Schiene setzen kannst. Wenn du Bock hast, sehen wir uns am Ende der Woche. Hier unter dem Video findest du den Link, kannst du dich eintragen in das Webinar. Über 1000 Leute sind per jetzt schon registriert. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.